Das Innenministerium in Potsdam teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass man von zehn Menschen wisse, die in anderen Bundesländern Asylanträge stellten. 6 Flüchtlinge wurden demnach in der Erstaufnahmeeinrichtung im bayerischen Regensburg registriert. Ein weiterer Flüchtling meldete sich bei der Regierung von Oberbayern. Darüber hinaus sei ein Flüchtling in Braunschweig in Niedersachsen aufgetaucht. Am Donnerstag war bereits bekannt geworden, dass zwei Flüchtlinge in Berlin Asylanträge stellten. Am vergangenen Wochenende hatte die Bundespolizei auf der Autobahn 12 im Grenzgebiet bei Frankfurt, oder, Richtung Berlin einen Schleuserlastwagen gestoppt. Auf der Ladefläche befanden sich 50 irakische Flüchtlinge und ein mutmaßlicher syrischer Komplize des türkischen Lastwagenfahrers. Die Flüchtlinge kamen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, oder Spree. Dort hatte man später das Verschwinden von 48 Irakern festgestellt.